Kies gerattet und da war ich im Kies und da ist noch einer vorbei ja jetzt bei mir alles so fick dich, fick dich bei mir ist jetzt alles so grün-gelb oh nein, oh nein Dito, links hinten 68 wie flachst du links hinten? auch 68 ja jetzt bin ich dritter fuck die sind ordentlich schwer die Langstreckenrennen die Gegner sind zu stark ja ich hab sie auch schwer gestellt ja stell sie mal auf Mittel ja, könnte ich mal die sind zu stark der eine zieht einfach ohne Probleme rechts an mir vorbei ja, ja der erste zieht auch ordentlich ordentlich weg alter, wie der alter, wie der vorbeizieht der Armee lol ach, bist du da hinten? hast du einen blauen McLaren? nee bin ganz freundlich Hälfte der Zeit ich bin neunter ich bin neunter wie sieht der Reifenabblieb bei dir aus? 60 links hinten nein jetzt hat sie schon wieder mich aus der Kurve gehauen vierter werde ich nicht vierter werde ich nicht vierter werde ich nicht vierter werde ich nicht bei Sophie Müller, ne? die haben fuck ist Martin nein ich bin sechster fünfter na, noch geht's von mir noch bleib ich dran 58 58 hat der oh, jetzt jetzt rutscht der jetzt rutscht der SLS aber ordentlich du 56 mein, mein, mein SLS rutscht einfach ich kann den nicht mehr halten ich bin jetzt sechster fuck it 54 durch den einen Driftrad ja, ich hab auch 54 ich bin sechster scheiße na, ich bin nur achter aber die ziehen gleich wieder vorbei auf der Geraden haben die Zoom ja, schwer ist echt ein bisschen schwer wer konnte es erwarten dass es schwer schwer ist noch drei Minuten 51 na, ich hab auch 51 die machen halt okay, jetzt jetzt hab ich scheiße gebaut Motor orange Lenkung orange was hast du gemacht? ich bin einfach reingefahren ich halt alle hinter mir auf so krass vor mir einfach ein Loch und hinter mir einfach alle an meiner Stoßstange alter die Bremse sind auch voll glüht heißt 48 hinten links bei mir 45 und ich bin noch nicht so weit wie du okay, dann fahr ich eigentlich oh oh, da bin ich viel über rote Wande gefahren das war nicht so gut ach, das ist mir die ganze Zeit ja, deswegen ist halt der Reifenabriek hoch bei dir also vorne rechts ich glaub eher wegen dem Gras und so was ich noch mehr mit mittigsten alter 43 da bin ich zu weit raus oh 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 alter was schubst der mich raus oh, der geht klar oh, der geht klar 2 Minuten gut genommen oh, der 1 SLS hat sich gedreht alter hat der sich überschlagen lecker, alter wie geil es da ich hab's voll auf Kameras dran an dir ein bisschen könnte man schon wievielter bist du, siebter? ich bin direkt hinter dir hä, nein hinter mir bist du nicht doch, ich bin siebter ach so ich bin fünfter ich bettel mich hier noch mit dem alter, alter der 1 SLS hat ordentlich in die Kacke gegriffen also aus Kies und dann überschlagen das ist oh ja, Paul hat wahrscheinlich kein Internet mehr grad also der hat gleich kommt wahrscheinlich auf TS äh, timed out oder so oh nö aber ich fahr das jetzt hier noch zu Ende ohne ihn und dann muss ich mich leider verabschieden weil Paul hat kein Internet mehr ja, da kam das Time Out er ist draußen aber oh, der 1. der 1. hat es schon geschafft der 1. ist schon draußen, oder? nee, hat er nicht oh, nee oh, der Reifenablieb ist so hoch lol, da ist er vor mir kann ich da irgendwas machen? lol, jetzt noch eine Strafe bekommen ja 6. 6. fahr mal heim 6. 6. fahr mal heim kann man nix machen ja, Paul schreibt man auch grad er hat kein Internet mehr nicht so schlimm, Paul nicht so schlimm du bist, du bleibst ein Spaß, die Kind 20 Uhr, perfekt hat er kein Internet mehr aber den bekommt man auch den obwohl, nee nee, 36 Sekunden ich könnte ihm jetzt voll eine rein donnern was ich auch gemacht hab jetzt ist meine Karre wahrscheinlich ja, meine Karre oh, der lässt es hin den lasse ich aber nicht vorbei ich will fünfter werden gut, das war jetzt ein bisschen Arschloch-like oh, fuck oh, fuck da ist mir grad ein Reifen geplatzt oh, scheiße ja, das hat mir nichts gebracht das war schlecht das war schlecht in den letzten Sekunden scheiße scheiße naja, gut kann man nix machen ähm 28 Kilometer haben wir durchgehalten wegen 200 Meter hat er gewonnen aber schöner SLS hat er zerstört beziehungsweise ich habe ihn zerstört Schwierigkeitsbonus gibt es 240 äh WP 24% das ist sehr gut zu merken war ja auf schwergestellt Level 3 ja, was haben wir denn dazu bekommen ja, 6000 da ist der SLS schon lang nicht abgezahlt aber ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge Hau da rein Cover Time war ibal altri da ild